Go! Und nach oben! Ich mag Fahrstuhl fahren, magst du das auch? Mhm. Ich bin, äh, in einem Urlaub bin ich mal auf einer Fähre die ganze Zeit mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren. Das war lustig. Oh, wir waren auch mal auf einer Fähre. Also zwei Tage lang oder so, was ich fuhr von Dänemark nach Schweden und da bin ich auch total gerne Fahrstuhl gefahren. Weil der auch so richtig cool war. Ja, ne? Wir hatten auch mal eine Fähre, da war einfach ein Gläserner Fahrstuhl. Das war auch Hammer. Ich finde es sehr schade, dass du hier nicht aufs Glas gehen kannst. Ja, das finde ich tatsächlich auch echt schade. Das wäre cool. Ja. Aber tatsächlich habe ich die Fahrstühle bei der anderen Fähre sehr viel lieber gemocht. Ich weiß nicht warum. Aber das war... Das war irgendwie gemütlicher. Du konntest die Leute da... Wir haben uns dann da mit einem Stuhl reingesetzt, haben die Leute immer angequatscht und haben gesagt, wir sind der Fahrstuhlservice hier. Möchten sie etwas zu trinken haben? Möchten sie ein bisschen Unterhaltung? Ihr habt euch ernsthaft mit einem Stuhl in den Fahrstuhl gesetzt? Ja, wir haben so einen Hocker aus unserem Zimmer genommen und haben uns da mit reingesetzt, bis irgendwann jemand kam und meinte, das dürfen wir nicht machen. Und wir sollen doch bitte die Möbel in den Zimmern lassen. Freundin, wir machen doch das andere jetzt. Bringen wir Thomas, Kevin und Sandy dieses Mal nicht um? Nee, leider nicht. Okay. Mach den Emergency Shutdown. Es ist auch richtig ranzig, dass der auf so einem Mülleimer in der Ecke steht. Ja, irgendwie schon. Ich frag mich auch warum. Und dass ich jetzt durch den Karton greife, um Ja zu rücken, weil der Karton da irgendwie in den Weg gefallen ist. Bei mir nicht. Und mein Schatten auf dem Karton sehr pixellig aussieht. Aber egal. Sowas passiert halt manchmal. Aber ich sitze hier halt auch einfach und hab einen Bademantel an. Freundin, es ist vorüber, es ist vorbei. Ja, es ist aus. Es ist aus. Es werden alle sterben. Wir können Timmy nicht mehr retten. Es ist vorbei. Es war alles vergebens. Aber ich will den Umbring. Meint ihr, es war alles vergebens. Guck mal, da unten ist unser See. Wir haben dem Ganzen ein Ende bereitet, aber zu welchem Preis? Da unten ist wirklich unser See. Ja, das ist unsere Map. Also von daher, ja. Ja, aber das ist ein See. Da wohnen wir. Ja. Da unten rechts. Wollen wir nach Hause zurück? Jetzt musst du, jetzt musst du einen roten Kreis einfügen, um zu zeigen, wohin. Äh, ja, genau da. Hm? Ja. So, fertig. Armer Tibi. Ja. Dein süßer Sohn. Wie du auch einfach nicht nochmal streamen gehst, um ihn irgendwie zu begraben oder sowas. Aber immerhin haben wir noch uns, nicht wahr, Schätzchen? Oh ja. Oh ja. Ich steh auf deine Maske. Lass mich sie ablecken. Oh ja. Ey. Nicht so. Das war mir jetzt, das war mir jetzt, das war mir jetzt ein bisschen zu vorschnell. Okay. Du stehst schon. Lern mal deine Grenzen kennen hier. Tut mir leid, ich wusste nicht mehr, dass du auf so langes Vorspiel stehst. Ich hatte Druck. Oh, das hat halt geruckelt. Ja, bei mir auch. Naja. So. Be a good neighbor. Written by... Was? Be a good neighbor? Bex Rob. Ja, be a good neighbor. Ach, das ist von den Kinderbüchern, die da überall waren. Ja, hier sind ganz viele Kinderbücher. Ja, krass. Und hier sind, guck mal, hier sind Crayons. Mickey Tells Lies. Böser Mickey. Oh, und hier ist so ein Brutkasten. Ja. Das war so deren geheimes Lager hier hinten. Können wir nicht die Wachstumstifte mitnehmen? Ich will die Wachstumstifte. Du kannst nicht malen, das weißt du ganz genau. Die Wachstumstifte bleiben hier. So, komm. Aber ich will. Nein, ich will keine hässlich beschmierten Wände. Schreibst doch eh die ganze Zeit nur Sex daran. Das stimmt gar nicht. So scheiße malen bin ich nun auch nicht. Das war halt in der Grundschule echt immer so voll die Sache. Überall Sex hinschreiben, weil das ja so lustig war. Okay, vielleicht nicht immer in der Grundschule, aber so fünfte Klasse. Ich fand das nicht lustig. Ich schon. Ich hab da richtig super gelacht. Wollen wir Timmy nicht begraben? Können wir nicht. Timmy ist Geschichte. Ich glaub, hier müssen wir genau durchtauchen. Da es hier nicht weitergeht, wahrscheinlich. Okay, ich bin erstmal in die falsche Richtung getaucht. Das tut mir leid, Pointy. Vergib mir. Bitte. Dann ist uns ja wenigstens nichts Wichtiges entgangen. Ja, bestimmt auch wieder. Ich find's so rum tatsächlich auch immer angenehmer als andersrum. So, Pointy, jetzt wo Timmy für immer tot ist, wir das dem ganzen Spuk ein Ende bereitet haben. Bleiben wir hier. Und wir, ja genau, wir richten uns jetzt hier häuslich ein. Okay. Nein, und wir, ähm... Wenn ich trotzdem das SMS-Symbol war... Das SMS? Hast du gerade SMS-Symbol gesagt? Das hab ich. Glaube ich. SOS. Ja, ja, ich versteh schon. Äh, warum... Wer hat dir Kaffeebecher mit runtergeschneppt? Oh, ich krieg Schaden. Ich auch. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen schon draußen. Ähm, genau. Was ich aber eigentlich fragen wollte... Willst du mit mir zusammen das Artefakt holen gehen? Welches Artefakt? Das Artefakt. Was für ein Artefakt? Da wartet noch ein Artefakt auf uns. Ja, wegen mir. Also wir könnten jetzt entweder richtig dumm sein und da schon reingehen, oder wir holen uns erst den Schlüssel dafür. Brauchen wir denn den Schlüssel? Ja. Dann sollten wir zuerst den Schlüssel holen. Okay, dann sind wir nicht dumm, gefällt mir. Das heißt nicht, dass du einfach wegrennen sollst. Du weißt, wenn ich dir hinterher renne, geht das nie gut aus. Ja, das stimmt. Ich find's gut, dass ich einfach im Rückwärtslaufen fast genauso schnell bin wie im Vorwärtslaufen. Oder genauso schnell. Ich glaub, es ist genau gleich. Wie auch beim Laufen immer so die Taschenlampe so gut herschwingt. Ach ja, genau. Hier gab's ja... Ne? Hm? Genau. Achtung, Sprengung! Was? Ja, geil. Wir haben uns rausgesprengt. Pfeifen auf den Ohren kriegt. Hm? Sie sind falsch gelaufen mit den Texturen. Ach, passiert. Ach, hier ist schon... Ah, wir sind... Ah! Wir sind draußen! Ja! Oh, und wir sehen Kevin, Sally und Thomas oder so? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Wie sie friedlich über uns dahin fliegen. Und nicht sterben. Kein Massenmassaker. Traurig. Ach, Timmy. Du bist so gut getroffen auf diesem Bild und ich werd es jetzt einfach verbrennen. Oh, Mann. Auf Wiedersehen. Eigentlich hoffe ich ja nur, dass durch die Wärme dieses verbrannten Fotos ich mich wieder ein bisschen... Ja, aufwärme. Weil mir gerade echt kalt ist. Komm, wir rennen jetzt, weil mir ist echt kalt. Hm. Ich hab meinen Sohn verloren. Nicht nur du, Pointy, nicht nur du. Wir haben unseren Sohn verloren. Oh, und hier ist wieder... Hier ist das Cockpit. Du wolltest ja unbedingt die Pilotenuniform haben. Ja. Die wollte ich ganz gerne haben. Ich muss dafür nur was ablegen. Stimmt. Ich muss mal eben schauen. Hab ich... Ne, ich hab noch genug. Ich trage sie. Hm. Grey Long Shirt. Grey Long Shirt. Grey T-Shirt. Grey Long Shirt. Guck mal. Wir haben gerade erst Timmy's Foto verbrannt und hier ist schon wieder ein neues von ihm. Da ist ein Foto von Timmy auf der Zeitschrift. Achso, und der andere hängt da in der Scheibe. Okay, den hab ich gleich gesehen. So, wo ist jetzt das Foto von Timmy? Hier. Oh, wir waren ein TV-Star. Ja. Wir haben schon mal bei so einer richtig dummen... Keine Ahnung. Ja, das steht TV-Live. Verarschen. Ja, Real-Live TV, ja. Sag ich doch. Ja. Aber warum sucht uns denn dann keiner? Das frage ich mich auch. Die Leute sind einfach dumm, weißt du? Vor allem, dass keiner drauf kommt, hier mal auf der Insel zu gucken. Diese Insel wird geheim gehalten von der Regierung, deswegen. Ja, aber man darf ja anscheinend drüber fliegen. Das heißt, so geheim kann es ja nicht sein. Doch. Außerdem müssen die Leute ja drüber fliegen, damit man immer mal wieder ein Flugzeug abstürzen lassen kann. Aua. Du bist mir voll reingerannt. Ey, das stimmt gar nicht. Du bist von hinten gekommen und hast mir den Rücken geschlagen. Nein, ich hab den Baum gefällt. Als ob ich dich schlage. Ja, ja. Wir müssen jetzt einmal quer über die Map den Schlüssel holen und dann wieder quer über die Map zurück. Das ist lustig. Ach so. Wenn du gerade sowieso vorrennst, magst du uns dann vielleicht ein Reh legen? Wäre nicht schlecht, ne? Aber hier sind gerade Kannibalen. Vielleicht lieber die als ein Reh? Wie sieht's aus? Nee, aber die kann man so scheiße essen. Nee, die sind auch ungesund. Also würde ich auch nicht essen wollen. Der hat bei mir gerade Mubuck gemacht. Das Problem ist, ich hab keine Energie mehr. Ach nein, Pointy. Warum bist du im Inventar? Weil ich keine Energie mehr hatte und Schokorie gegessen hab. Erstmal ein Snickers. Ja. Das ist wichtig. Hallo Möbe. Hallo Möbe. Wir können eigentlich auch nochmal bei unserer Hütte vorbeischauen und die ganzen getrockneten Fleischstücke mitnehmen. Kannst du das nochmal machen, oder? Ja, wenn wir hier sowieso in der Nähe sind. Eben. Dann kann ich auch gleich meinen Wasserbeutel nochmal auffüllen und ein paar Blaubeeren essen. Lecker Blaubeeren. Ach ja, diese Tür war ja zu. Warum auch immer. Warum ist diese Tür zu? Ich weiß es nicht. Ich mach sie auf. Ich mach sie auf für dich. Warte. Oh, hä? Achso, man kann die nur von der... Die ist wahrscheinlich schlecht platziert, oder? Warte. Ach, man muss hier ein bisschen hochhüpfen, wenn man da hochkommt, glaube ich. Ja, okay. Das ist echt ein bisschen schlecht platziert. Nein, muss man nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, aber wenn ich hier gegenrenne, dann komm ich da nicht rein. So, ich geh mal zur Seite, bitte. Ja, nur wenn ich hüpfe. Ich kann da ganz normal rein gehen. Dann bist du wahrscheinlich overpowered. Okay. Dann wieder an Land. Oder soll ich noch irgendwas loswerden? Ich mach noch Wasser. Stimmt. Wasser sollte ich mir auch noch holen. Und zurück. Eigentlich voll schade, dass du mit dem Camcorder nicht filmen kannst. Das wär echt irgendwie cool. Dann würde ich dich die ganze Zeit filmen wie so ein Stalker. Warum holst du die ganzen Büsche ab? Hast du Langeweile? Ja. Kirit, hast du Langeweile? Ja. Ich bin in meiner rebellischen Phase. Oh Gott. Tod den Büschen! Aber die haben auch Gefühle. Glaube ich nicht dran. Das habe ich als Kind tatsächlich geglaubt. Also so richtig. Wenn mir das auch meine Nachbarin gesagt hat. weil wir aus Spaß die Blätter abgitzen haben von dem Baum. Und sie meinte, wie würdest du es denn finden, wenn man euch nacheinander einzeln die Haare ausweicht? Oh du Arme. Ich glaube wir müssen in die Richtung ein bisschen. Naja, ein bisschen recht hatte sie ja. Ja, aber... Letzt war es auf jeden Fall dich. Man... Also als Kind überdramatisiert man dann glaube ich sehr schnell. Aber ich habe nie wieder Blätter von Büschen. Ne? Ja. Aber wir wollten die vielleicht mal ein bisschen frisiert werden. Ach Mensch. Ich glaube hier müssen wir eigentlich ziemlich direkt zur Yacht gehen. Wenn wir jetzt einfach... Ah, wir müssen zur Yacht? Ja, genau. Hinter der verschlossenen Tür ist der Schlüssel. Genau. Ah. Jetzt hast du es gespoilert, das muss ich jetzt rausschneiden. Oh. Wusste ich, dass ich das nicht spoilern soll? Das war ein Scherz. Zumal ich mir das selbst zusammengesetzt habe. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich kann... Ich bin schlau. Ich kann denken. Manchmal. Ich bin schlau. Ein Häschen, ein Häschen. Bitte, bitte. Ein hoppelti hoppelti Häschen. Hier ist die Yacht! Alter, sind wir gut. Oh mein Gott, das ist dasselbe Boot. Schade, dass die Koffer nicht schon wieder voll sind. Und rein mit uns. Kommt her, Haie. Frischfutter. Nein, das ist nicht. Alles, bloß das nicht. Magst du keine Haie? Wenig. Okay, versteh ich nicht. Feinti, kommst du? Ja, ich komme. Ich hab mir noch schnell eine Schildkröte gecallt. Ich brauchte den Panzer. Damit ich dann auch cool irgendwo runterrutschen kann. Oh ja! Wollen wir eine Achterbahn bauen? Meine Gelegenheit. Ich hab damit auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hab's nicht eilig damit. Vielleicht kann ich's einfach besser als du. Doch, fick dich. Ich kann immer noch kein Alkohol tragen. Okay. So, halten wir mal die Karte hier ran und gucken, was passiert. Bip, Bip, Bip... Es ist grün geworden. Yay! Was ist das? Oh mein Gott, damit hätte ich ja nie gerechnet. Oh. Was ist das? Ich hab noch nicht reingeguckt. Ich hab's einfach aufgehoben. Normalerweise guckt man sich das auch so voll dramatisch an, glaub ich. Ja. Ja. Ja, und er hat es jetzt einfach so aufgenommen. Ich muss auch nochmal die Karte ranhalten. Vor allem, wie das Boot auch einfach von der Agentur ist, die hier gearbeitet hat, ich dachte, das wäre wenigstens irgendwer Fremdes gewesen. Ja, dachte ich eigentlich ursprünglich auch. Nee, man hebt das tatsächlich einfach nur auf. Tja, richtig langweilig. So, und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie das Artefakt aussieht und werden es auch gleich einmal testen. Ich kann schon mal sagen, es wird sehr lustig. Also freut euch auf die nächste Folge und bis dann irgendwann.